Ahoi Piraten. Heute Iron News. Lange ist sehr, aber leider Zeit und Wetter und verschiedene andere Faktoren wie immer. Aber deshalb geht es heute ein bisschen flotter. Ich lasse es auch ein bisschen schneller durchlaufen und mache die ganzen Zwischenphasen, die einzelnen Arbeitsschritte nicht nochmal im Ausführlichen, sondern jetzt nur mal grob wie macht man das Ganze ein bisschen mit dem Zeitraffer gespielt. Es wird ein Kunai, also ein japanisches Kampfmesser, Wurfmesser, je nachdem. Hat aber nur eine Schneide, also keine zwei, wie das normal üblich ist. Bei den Wurfmessern hoffe ich es wird trotzdem ziemlich cool und hoffe, dass es auch so funktioniert, wie ich mir das immer in meiner Allmachtshantasy vorstellen. Also bis dahin wünsche ich euch wieder mal viel Spaß und hau auf die Sau, jetzt geht es los. Nachher gibt es das fertige Messer im Anschluss. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020